Am 20. März startet der diesjährige Syltlauf. In Hörnum gehen dann pünktlich um 10 Uhr zum 30. Mal die Läufer auf die 33,33 Kilometer lange Strecke nach List. Über 1000 Sportler sind gemeldet. Der Syltlauf ist einer der beliebtesten Volksläufe in Deutschland und die Startnummern sind in Läuferkreisen heiß begehrt und immer schnell vergeben. Entlang der durchaus anspruchsvollen Strecke werden die Sportler von vielen 100 Zuschauern angefeuert. Auf der Westerländer Promenade ist am meisten los.